Sieht auch gut aus. Ich weiß nur nicht, vielleicht einen Ticken dunkler, aber... Also ich tendiere im Moment zwischen... ...dem Ersten und dem. Kann ich nochmal den Ersten sehen, das erste Sakko? Ja, gerne. Dreh dich am besten einmal zum Spiegel. Also ausdrucksstärker ist das dunklere. Ich finde auch das dunklere besser. Wenn ich sagen dürfte, würde ich den Ersten nehmen. Der Letzte war sehr schön, stand ihm auch sehr gut. Aber das war mir zu Ton in Ton. Da ist kein Kontrast drin. Warum bin ich eigentlich mitgekommen? Meine Frau, die sagt doch schon alles. Also zurück zu Anzug Nummer 1. Wird Morten so in den Hafen der Ehe einlaufen? Ich finde schon auch fast. So ist okay. Da ist er. Soll ich läuten? Der hat mich von Anfang an doch so gecatcht. Vor allem auch die Farbe. Ich muss sagen, auch das Muster gefällt mir sehr gut. Ich fühle mich gut mit meinem Anzug. Ich bin bereit, sollen wir losfahren direkt zur Location und zum Standesamt. Darf ich heiraten? Ich wünsche mir, dass das jetzt bald über die Bühne geht für ihn auch. Denn er ist doch aufgeregt, auch wenn er mal sagt, ist nicht so. Prost Morten. Und viel Glück für die Zukunft, dass ihr es schafft. Ich hoffe es. Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen. Das wird schon. Prost. 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 Morten ist fündig geworden und bei Kinga wird es emotional. Das ist so Kleid Nummer 3. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Das ist es. Das ist mein Baby. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so viel sagen, oder? Nein, das ist mein Kleid. Ich habe es sofort gesagt. Es ist definitiv deins. Mama. Super schön. Oben vor allem auch das. Ja. Und so leicht. Als Maximilian das schon angezogen hat, da cooler hatte er es schon. Weil wirklich, wie so eine zweite Haut. Das war eine Explosion der Gefühle. Ich glaube, das Kleid ist genau alles das, was sie beschrieben hat. Es ist halt luftig, fluffig, sexy, schmeichelt ihrer Figur und es ist einfach sie. Ja, es ist mein Kleid. Es ist mein Kleid. In dem Kleid werde ich heiraten. Ich bin sehr glücklich. Jetzt freue ich mich einfach nur auf die Hochzeit, aber vor allem auf den Mann. Ja, ich hoffe, dass das Kleid ihm natürlich auch gefallen wird, dass er mich wirklich in dem ersten Augenblick von der schönsten Seite sieht. Ich freue mich auf morgen, befreie mich von all meinen Sorgen, ich träume von so vielen Orten. Aber mit dem Kleid kann ich natürlich strahlen und mein Glück nach außen zeigen. Am Tod. Danke für die Beratung. Sehr gerne. Sehr gerne.